Danila Katzenberger entfacht Shitstorm, große Hupen, großer Preis Danila Katzenberger, ihre große Hupen machen ihr Ärger. Danila Katzenberger ist sauer. Der Grund, knapp 65 Euro soll der BH ihrer Wahl kosten, den sie sich bei einem kürzlichen Shopping-Trip kaufen wollte. Große Hupen, großer Preis. Wer kennt's? Schreibt sie unter ein Foto, das sie bei Instagram postete und mit Schmollmund zeigt. Hach ja, mit einer Körbchengröße von 75 g hat die Katze ein wirklich schweres Los gezogen. Obwohl, eigentlich ist die TV-Blondine selbst für ihr Schicksal verantwortlich Vor einigen Jahren investierte Danila Katzenberger in eine Brustvergrößerung, seitdem scheinen ihr ihre Brüste immer mehr zur Last zu fallen. Selber Schuldfans reagieren entnervt. Dass größere Brüste auch stabilere BHS und somit hochwertigere, stärkere Materialien benötigen, leuchtet der 31-Jährigen nicht. Ihre Follower haben dafür kein Verständnis. Kommentiert ein Follower. Tu nicht so, als ob du dir die billigen 64 Euro nicht leisten kannst. Seien wir doch mal ehrlich, wenn sie will, kann sie 20 von denen kaufen, schreibt ein anderer. Einige Leidensgenossinnen können jedoch mit dem TV-Sternchen mitfühlen, da sie selbst bereits in der gleichen Situation waren. Wie denkst du über Danielas Post? Stimme unten ab!